jo freunde was geht herzlich willkommen zu einem weiteren video und heute haben wir mal ein pack opening am start und wir haben den julian von fifa club hd am start ja leute herzlich willkommen auch von meiner seite aus wir werden hier beide 10 25 kassel ziehen zum team of the season und auf jeden fall wollen wir beide was ziemlich gutes ziehen genau so sieht es aus und dann will ich sagen starten wir gleich mit dem ersten pack ja alles klar willst du den countdown machen ja ich mache dann gleich mal den counter und also öffnen wir das pack in 321 und hoffe ich mal dass da was gutes drinnen schon so ein ronaldo und auch gott martins die pace wurde ich habe kassier gezogen 80er torwart also das sind aber zumindest die 25 kassel die ich am liebsten mag ich mache die liebe als die anderen mit nur drei seltenen spielern drin es ist so ja und ja dann kommen wir zum zweiten weg die hier ist man machst du dann den counter die öffnen wir das pack in 3 2 1 und jetzt jetzt hoffe ich dass das geiles drin ist und dann schauen wir kommen schon weg auch und dann ist ja leider nur laporte aber was bei mir hat der in peck mit gemacht ich habe 15 kassel gezogen der shop hat gefällt ja egal alter typisch jährlich die kriegen nichts auf die reihe aber gut machen wir weiter mit dem nächsten weg bist du bereit jo ich bin soweit gut 3 2 1 und go so nächstes pack komm schon komm schon und auf 76er rating ich habe 78er und peter crouch immer so immer so also ein team of the season auch will ich mir wenigstens ja ich mir auch ganz klar wollen wir das nächste weg ziehen ja ganz klar alles klar diesmal auf 3 1 2 3 so wenn man das jetzt so an diesen peck für die komm schon und holen uns geraden und da wird sie macht es besser und sich ist er es besser sicher mascherano der troll märzl ist in der team of the season und wir ziehen das verhandeln so jetzt kommen wir gleich schon zum fünften weg wenn ich nicht verzählt hat und er bis zu breit jo ich bin soweit 2 1 und go so fünftes 25k pack ich bin gespannt so langsam muss was gutes kommen oh komm komm julius cesar kawachal alter alter richtig kacke also es bessert sich doch nicht kawachal geht hier noch für 2000 weg ich habe die alle nur zum verein hinzugefügt dann kommen wir zum nächsten pack und diesmal machst du wieder den countdown jo 3 2 1 so und diesmal werde ich es kippen in 3 2 1 go oh scherrat adler martin adler also es bessert sich leider nicht wirklich nicht wirklich nein aber ich habe auch gehört dass ihr irgendwie die wahrscheinlichkeit rote gestellt hat ein team auf der season in den pack zu ziehen ja habe ich auch gehört ich habe vorher viel öfter welche gezogen also ich weiß nicht ich hatte schon ein paar dieses jahr aber jetzt sind ja auch die best of team of the season das heißt es ist auch sehr sehr schwer das stimmt auch ja okay nächstes pack jo ich bin soweit 3 2 1 und go ich glaube der hat schon wieder glaube ich das 15 kasse ja ich auch ich auch dann passt es ja Puntela und es waren fünf Prozent der Stadt den hat der hat mehr als als er genau zu bekommen ja ich habe mich richtig gewundert als ich mich heute eingeloggt hat ja er hat das waren besseres 15 kassett als alle 25 kassett vorher bei mir ja ja okay dann öffnen wir gleich noch 3 25 kassett senke jo können wir so machen ja dann machst du jetzt wieder den jr. 3 2 1 denn ich werde diesmal nicht hingucken okay dann mache ich auch nicht okay vielleicht bringt das ja mal Glück okay ich glaube es ist auch ja okay 3 2 1 go u-courtois duplikat ja ich habe 5000 Münzen ja auch gut immerhin mal ein 86er Rating Player ja kann man mal mitnehmen ja das kann man auf jeden Fall machen so stoßen wir den Rest ab und dann kommen wir auch schon zum vorletzten 25 k-peg ich bin gespannt und ich hoffe Julian ist es auch nur wie ich sagen 3 2 1 und go so jetzt ist es an der Zeit ein Team auf das Season zu ziehen und es ist ach Gott ne credo Valencia also ich hatte eigentlich echt immer bessere Erfahrungen mit denen gemacht also ganz ehrlich ich mag am liebsten die 35 k-peg keine Ahnung wieso aber da hatte ich auch Matu ID drinnen ich hatte meine ganzen Team auf der Seasons die guten in den 15.000 15 k-set ja ja ich machen kann ich mache ich werde es mit der Nase öffnen dann mache ich das auch ja warte jetzt fällt der Schock wieder so 3 2 1 go go und ausgeben mit der Nase und ausgeben mit der Nase nichts ob was ich habe diesmal gezogen wieso ist er nicht im Best-Auf Team auf das Ziel er hat also ich mich auch schon gefragt warum ist er der Neilo drin und nicht nicht mehr verstehe ich auch nicht das sind die High-Rated Spieler hat mich auch nicht verstanden mein aber gut ja Freunde da war es auch schon wieder mit dem Pack Opening und ja wir verabschieden uns und so ja ich habe auf jeden Fall und ich auch in der Beschreibung verlinkt schaut auf jeden Fall vorbei FIFA Allstars heißt der Kanal ja genau und dann könnt ihr auch gerne beim FIFA Club HD vorbeischauen der macht sehr 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 gute Videos sehr sehr gute FIFA Videos und dann wie ich sagen verabschieden wir uns auch schon wieder aus diesem Video ich würde mich sehr sehr über ein paar Likes freuen und dann ja verabschieden wir uns und auf 3 sagen wir Ciao 1 2 3 Ciao Ciao Scheiß Ende Egal Ich schneide das eh wieder rein